Bald beginnt sie jetzt wieder, die Weidezeit. Und wir haben uns entschlossen, unsere Weide diesmal etwas professioneller einzuzäunen. Und ich möchte euch heute in meinem kleinen Video darüber berichten. Unsere Weide hier direkt am Stall ist ungefähr 210 Meter lang und 27 Meter breit. Und wir müssen jedes Jahr immer gut wirtschaften, damit das Gras dann auch für unsere vier Pferde reicht. Normalerweise haben wir jedes Mal Parzellen abgesteckt. Das heißt also immer mit den Kunststoffposten neu abgesteckt. Und das ist mir jetzt mal irgendwann mal wirklich tierisch auf den Geist gegangen. Weil jedes Mal, wenn man halt neu absteckt, kostet das gut eine Stunde an Zeit, bis dann alles wieder so ist, wie es sein sollte. Um das Ganze jetzt nun ein bisschen dauerhafter einzuzäunen, habe ich mich entschlossen, also zumindest mal die Eckpfosten und auch die Pfosten am Tor jeweils mit Holzpfosten zu realisieren. So viele Pfosten auf einmal. Und dazwischen weiterhin die Kunststoffpfosten, weil wir die ja sowieso da haben. Nun habe ich mir die ganze Zeit überlegt, wie fange ich das am besten an. Und das geht natürlich los mit der Planung. Weil alles an Projekten soll immer gut geplant sein, habe ich mal gelernt. Hierfür habe ich mir dann also das Internet zu Nutzen gemacht. Und das Ganze per Google Earth oder Google Maps, den Unterschied habe ich bis jetzt eh noch nie kapiert, auf jeden Fall damit das ganze Grundstück erst mal vermessen. Was ja wirklich super ist. Also ihr könnt also hier direkt auf der Karte vermessen. Und wisst dann im Endeffekt genau, welche Größe es denn genau ist. Das Ganze habe ich zu Papier gebracht, um einfach mal zu sehen, wie viele Pfosten ich denn benötige und wie viele Parzellen ich insgesamt hinbekommen, sodass es dann Sinn macht. Und dann nach der Theorie kommt natürlich auch gleich die Praxis. Also das Ganze muss umgesetzt werden. Es gibt ja wirklich nichts Schlimmeres wie Pfosten, die kreuz und quer stehen und die dann irgendwie so schief oder so windschief aussehen. Ich finde, es gibt irgendwie so einen kleinen Lacher von anderen eventuellen. Deswegen wollte ich hier auch mal wirklich ganz genau arbeiten. Nicht, dass ich mich dann hier vielleicht noch blamiere. So, und hier kann man das genau sehen. Also hier im Hintergrund seht ihr das Ende von der Breite vom Zaun und hier das andere Ende. Und ich habe jetzt ganz einfach hier von einem Ende vom vorhandenen Außenzaun einfach eine Schnur gespannt. Bis rüber aufs andere Ende logischerweise. Und so habe ich schon mal genau die Flucht, in der dann die neuen Pfosten gestellt werden sollen. Hier an der Schnur, muss mal gucken, dass ich hier drum rumkomme. Hier an der Schnur habe ich jetzt jeweils, also habe ich hier einen Knoten gemacht, der genau eben auf drei Meter ist oder wo der Pfosten sein soll. Und auf der anderen Seite, jetzt muss man natürlich erst mal diese 27 Meter auf die andere Seite laufen, habe ich mir auch ganz einfach mit einer Schlinge nochmal eine Schnur gemacht und dann hier jeweils den Knoten. Bei uns habe ich mich jetzt mal entschlossen auf drei Meter, so dass also die Posten dann wirklich auch in einer Flucht stehen. Und so Stück für Stück jetzt hier alles, wie es geplant war, abgegangen und dementsprechend hier die Pfosten schon mal grob auf die jeweilige Position gestellt. Das soll also dann so aussehen, dass wir hier jetzt also auf drei Meter jeweils unseren Eingang und hier möchte ich dann diese Griffe dran machen und dann insgesamt 21 Meter nach oben zum Endpfosten und dazwischen dann eben die Kunststoffpfosten. Hier habe ich jetzt mal ausgerechnet, alle vier Meter müsste hier eigentlich reichen, damit das Ganze dann vernünftig funktioniert. So, genug der Theorie. Nun geht es natürlich los, die Pfosten einzuschlagen, was wirklich keine schöne Arbeit ist. Also auch zum Einschlagen habe ich mir ein kleines Hilfsmittel genommen, damit man weiß, wie tief man die Pfosten einschlagen soll, weil auch das sieht nicht schön aus, wenn die dann unterschiedliche Höhen haben. Zur Not kann man aber auch hergehen und kann mit der Motorsäge oben gerade abschneiden. Also das funktioniert auch nur als kleiner Tipp. Aber wie gesagt, hier habe ich mir einfach ein Brett zugeschnitten, das genau die gleiche Höhe hat wie der Außenzaun. Und so ist es dann zumindest gewährleistet, dass sie also ziemlich in der gleichen Höhe dann sind, dass das dann auch vernünftig aussieht. So, und das nächste wichtige Gerät, wenn man das Ganze also wirklich mit Muskelkraft bewältigen will, ist dann hier so eine Ramme. Habt ihr mit Sicherheit alle schon mal gesehen. Sauschweres Ding, aber sehr effektiv. Ich habe das also schon öfters mal probiert, die Pfosten mit dem Vorschlaghammer einzutreiben, aber das funktioniert eigentlich fast überhaupt nicht, weil der Pfosten dann oben ausreißt und dann am Schluss eigentlich kaputt ist. Also wie gesagt, so eine Ramme ist also wirklich toll. Und es ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich, wenn man liebe Stallnachbarn hat, die so ein Ding mal ausleihen. So, und bei so Arbeiten ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn ihr eine kleine Leiter habt oder eben auch hier so einen kleinen Tritt. Über den werde ich demnächst sowieso nochmal speziell ein Video machen. Und dann fangt ihr einfach an, hier diese vorgerichteten Pfosten einzutreiben. Hier mein Muster, von wegen, dass ich nicht zu tief komme, obwohl das eh jetzt noch ein bisschen dauert wahrscheinlich. Und dann wird im Endeffekt das Ding nur noch in den Boden getrieben. Also einfach aufsetzen und ab mit dem. So, also eins ist auf jeden Fall mal sicher. Im Fitnessstudio braucht man dann nach dieser Einzäunaktion nicht mehr unbedingt. Und ich nehme mal an, es gibt auch richtig heftig Muskelkater. Aber gut, Stück für Stück. Jetzt habe ich also hier mal die, von der ersten Parzelle die Außenpfosten eingeschlagen. Und hier, jetzt wird ja nach dem gleichen Schema eigentlich dann die Kunststoffpfosten angebracht. Das heißt, ich habe jetzt also hier von Außenpfosten zu Außenpfosten wieder eine Schnur gespannt. Und dementsprechend hier dann die Kunststoffpfosten ausgerichtet. Also so habt ihr sie dann auch in einer Flucht, dass das Ganze dann wieder, wie gesagt, optisch schön aussieht. Und ihr könnt euch jetzt hier auch die Schnur gleich wieder zu Nutzen machen, wenn sie jetzt eh schon dran ist. Ich habe jetzt hier dementsprechend die Isolatoren, die ihr jetzt ja auch an den Pfosten benötigt. Also nur an den Außenpfosten logischerweise. Ich habe jetzt hier diese für das Breitband. Das hat folgenden Hintergrund. Da wir unseren Außenzaun sowieso erneuern möchten, bleibt ja das Breitband übrig. Und das nehme ich dann gerade hier für den inneren Zaun. Dafür ist er noch gut genug. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt hier an der Schnur dementsprechend schauen, wo sind jetzt an den Kunststoffpfosten die Einlässe für das Band. Und dementsprechend könnt ihr hier jetzt eure Isolatoren hier an dem Holzpfosten anbringen. So, und nach einiger Zeit Arbeit sieht das Ergebnis dann so aus. Schön eingezäunt. Also wie gesagt, wir haben jetzt das Breitband vom äußeren Zaun übernommen und haben da gleich ein neues eingezogen. Hier jetzt jeweils immer ein Tor für den Eingang der Parzelle. Und ich denke, auch wenn jetzt manche Kunststoffpfosten etwas schief sind, das liegt halt daran, dass sie halt sonst davor immer im Wind gestanden haben. Und die geben mir dann doch mit der Zeit ganz schön nach. Finde ich, sieht es aber trotzdem sehr, sehr ordentlich aus. So, das war im Endeffekt jetzt die erste Parzelle und die nächsten neun folgen noch. Also da wird es mir eigentlich auch ganz anders sein, wenn ich daran denke, bis das dann fertig ist. Aber auf jeden Fall lohnt sich die Arbeit, weil man macht sie sich jetzt nur einmal. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und mich würde es wirklich riesig freuen, wenn ihr mir hier vielleicht einen Kommentar mal hinterlassen würdet, vielleicht mit Anregungen oder was euch vielleicht sonst noch interessieren könnte. Natürlich freue ich mich auch riesig für einen Daumen nach oben, weil so weiß ich zumindest, dass meine Videos euch gefallen haben. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Pferdezeit und bis zum nächsten Video. Ich freue mich.